Wohlbefinden bedeutet Lebensqualität. Die Leistungskurve verläuft heutzutage bei vielen Menschen leider so. Wäre es nicht schön, wenn wir die obere Linie wählen könnten? Passiert Krankheit einfach nur? Oder können wir unser Wohlbefinden mitgestalten? Vielleicht die Kurve aktiv anheben? Beim Zähneputzen machen wir das jeden Tag. Das ist Prävention. Prävention heißt, heute schon an morgen denken. Ja, du kannst in dich investieren. Denn es macht einen Unterschied, wie du dein Alter verbringst. Das Beispiel vom Zähneputzen lässt sich auf alle anderen Körperzellen übertragen, denn diese sind erstmal gar nicht so glücklich. Stress, Zucker, Gewicht, Fett, Alkohol und ein Überschuss an freien Radikalen greifen die Zellen an. Sie brauchen einen Schutz. Sozusagen gegen das Rosten. Antioxidantien. Damit Körperzellen gesund bleiben, brauchen sie Schutzschilder. Alles, was uns schützt, wächst für uns. In Form von Obst, Gemüse und Beeren. Davon sollten wir fünf, acht oder am besten zwölf Portionen am Tag essen, sagt die WHO. Und das 365 Mal im Jahr. Schaffst du das? Ehrlich, die meisten Menschen schaffen nur ein bis zwei Portionen, wenn überhaupt. Das ist ein grundlegendes Problem. Da stellt sich doch die Frage, wie wir dieses Defizit täglich decken können. Wir brauchen einfach mehr Obst, Gemüse und Beeren. Und genau dafür haben wir eine intelligente Lösung für die heutige Zeit. Juice Plus trägt Früchte. 27 verschiedene Sorten. Natur pur und von bester Qualität. Sonnenverwöhnt gewachsen, vollreif geerntet und so schonend getrocknet, dass die empfindlichen Pflanzenstoffe erhalten bleiben. Die Empfehlung lautet zweimal drei Kapseln täglich. So optimieren wir unsere Ernährung für gerade mal 2,52 Euro am Tag. Synergie, also nicht nur Vitamine, sondern die Vielfalt der Pflanzenstoffe. Qualität, das ist garantiert. Nach weltweit höchsten Standards hergestellt und zertifiziert. Wissenschaftlich untermauert, zudem einfach und seinen Preis wert. Dahinter kannst du getrost einen Haken setzen. Auch das Institut Fresenius hat das getan. Zudem bestätigen über 27 Studien an weltweit führenden Universitäten die Wirkung in puncto Immunsystem, Sport, Zellschutz, Blutgefäße, Homocystein, Hautgesundheit, Zahngesundheit, Schwangerschaft. Und das Beste, Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren bekommen Juice Plus zur Verfügung gestellt, sofern ein Elternteil es für sich nutzt. Schon insgesamt über 1,5 Millionen Menschen nehmen an dieser weltweit größten Beobachtungsstudie teil. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Kinder essen 82% weniger Fast Food, 76% mehr Obst und Gemüse und 95% haben ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Somit legt Juice Plus einen wichtigen Grundstein bei Kindern und unterstützt die Entwicklung von gesundheitsfördernden Gewohnheiten. Wir sagen I like. Was sagst du dazu? Hast du noch Fragen? Du hast eine Möglichkeit kennengelernt, in dein Wohlbefinden zu investieren. Diese Investition trägt Früchte. Einfach bewusster leben. Beobachtungsstrukturen gewohnt... …. …. ...